So, heute mal wieder Solo-Queue unterwegs. Ich hab natürlich meinen Standard-Solo-Queue-Build-Trainer mit verwandt. Kein Ruin. Und ich versuche die Challenge aus dem Turm zu machen. Warum kriege ich immer nur Mikey als erstes in der Runde? Das ist ja eine Katastrophe. Und 90 Sekunden gejagt werden. Na dann. Ich will nicht. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Hau ab. Lass das. Ich hasse das. Oh, der nur guckt mich grad komplett aus. Alter Schwede. Ich bin auch noch die Obsession. Also ich geh mal schwer davon aus, dass er sich an mir richtig schön hochstalken konnte. Finde ich nicht cool. Ich platziere mich mal hier. Ich hab hier ne Palette und das gefällt mir ganz gut. So, geht eigentlich. Der ist da rüber gelaufen. Das heißt, da drüben sollten auch noch welche sein. Finde ich, dass wir jetzt alle Gems hier auf der Seite machen. Das wäre recht kontraproduktiv. Hm, Twilight. Rennen. Geh dem Twilight noch. Geh dem Twilight noch. Geh dem Twilight noch. So ist gut. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Nein. Hau ab, Mann. Katzen. Katzen Value. Oh Gott. Ja, das war dreist. Gäbe ich ja auch zu. Aber es war nötig. Gut. Oh Gott. Scheint weg von mir zu sein. Oh, wir haben zwei Sprenkeln. So wie es ausschaut in der Runde. Es dauert sehr, sehr lange. Genau. Also würde mich nicht wundern, wenn er einen Dauerständer hat. Ich will nicht. Ich hab Angst. Ich hab schon die Palette geschmissen. Und der Jen ist an. Wo haben wir denn noch einen? Außer im Hauptgebäude. Zwei müssen wir ja noch haben. Und... Jetzt deckt man mal das Totum. Da ist einer. Im Hauptgebäude ist einer. Und da drüben auf der Seite müsste noch einer sein. Also da hältst du jetzt alle schön in einer Linie. Das ist nicht gut. Nee, ich bin nicht da. Der wird kurz vor 99 Prozent... also wird wahrscheinlich auf 99 Prozent sein. Und dann wird er einen Dauerständer haben. Die ich werfen aus. Wo ist er? Ich schätze, er jagt gerade jemanden. Wo ist er? Also das mit den 90 Sekunden werde ich hier wahrscheinlich jetzt knicken können. Ja, Katze an, Katze aus. Ja, der jagt jemanden. Ganz mieses Timing. Scheiße, ich hab's gewusst. Ich hab keine Ahnung, wo er ist. Aber er wird den Jen jetzt da beschützen. Alles andere wär unlogisch. Und er hat, wie gesagt, sehr, sehr lange gebraucht. Der wird auf... der wird einen Dauerständer haben. Da ist ein Tor, hups, und da ist ein Tor. Ich geh an das Hinterre. Ich will hier weg. Da ist ein Tor. Und da ist ein Tor. Wo ist Mikey? Da hat Grabsteinen! Scheiße! Dreck, Mist! Geh weg! Das Riefig an deiner Stelle wird laufen. Oh, das ist belastend. Oh. Nö! Nö! Dauerständer. Also die Haarlocke. Und Grabsteinen. Ja, das war nix. Das ist mir klar. Geh weg. Ach, komm schon. Laber nicht. Deswegen auch die schwarze Abwehr. Wozu nimmt er denn bitte Pirscher mit? What? Ich mag weiter nicht. Na, Mädels? Auf geht's, los geht's. Zwei Tage wach. Das ist ein Bleid. Rush, halt weg. Und tschüss. Natürlich. Ruinen. Und wahrscheinlich auch Andeigen. Ey, ich komm nicht raus. Hallo. Ich komm nicht raus. Ey, Laurie. Danke. Das ist ein Bleid. Also geh ich auch mal davon aus, dass er Undingen frei hat. Also Andeigen. Okay, die Meg hat Boons dabei. Weil die Kate wird gejagt. Die Laurie sitzt hier. Der geht da rüber. Gut, ich tippe mal auf Barbecue. Gut, dann huck du mal ab. Oder mach halt einen Toten. Oder eine Kiste. Oh Gott. Ich hab das Gefühl, die Runde wird's nicht. Ach, Corrupt. Und Skirt Shook. Hör auf zu wedeln, Meg. Hör auf mich zur Teebag, Mädel. So, dann mach ich gleich mal einen Abstecher an die Schule. Ähm, Anzeige-Bug. Der Schulkeller ist mein Freund. Versuchst du abzukürzen? Oder hast du keinen Bock auf Schule, ne? Hat's Totem ausgemacht? Handy, halt die Klappe. Okay. Why not? Aber wo ist das Kackruin? Ja, ach komm. Dann ist der Weg weg. Bevor es noch zu nöt wird, späte. Mal davon abgesehen, ist es ohnehin unklug, immer wieder dasselbe Totem zu segnen. Weil, das merkt sich der Killer. Ich bin nicht da. Okay, kannst schon jemand holen. Ich hab halt mein grünes. Das mag ich ganz gern. Hat niemand mal einen Totemtag dabei, einen Ruin zu finden? Ich bin nicht da. Ich hab's mit denen better. So, wie immer werfen. Also gehen sie hin und davon aus. Ich bin nicht da. Was ist das? Ich bin nicht da. Ich bin der� onee. Oha. Fast. Jetzt nehmen settling C effectivenessen. Das ist interessant. Jetzt standen zwei Totems hier im Keller. Das habe ich auch selten erlebt. Hm. Wäre geil, wenn du Ruin gesägt hast, hätte ich das gemacht, Mac. So. Dann kann man hier in der Schule nämlich schön chasen. Ohne dass man jemanden stört. Wo denn? Da hinten. So. Ich gehe vom Barbecue aus. Also gehe ich kurz in den Schrank. Eins, zwei, drei, vier. Das war Ruin. Und sie rennt weg. Also gehe ich mal davon aus, dass Leipzig jagt. Ja, rennt, halt mal alle weg. Durchhalten, Kate. Auf, Mac. Mit anfassen. Zack, zack. So, auf geht's. Da kommt er angeruscht. Da kommt er angeruscht. Viel Spaß. Ich renne hier nur von Huck zu Huck. Mensch. Moins. Ei, 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 ei. Was ist mit dem Gin-Tunnel? Ich platziere mich hier, weil ich habe hier eine wunderschöne Palette. Und die Lobby hat Proof. So, also was hat man jetzt eigentlich? Wir haben Ruin. Wir haben Korrupte, habe ich gesehen. Ein Skirt-Schock. Pain-Resonance. Barbecue, maybe? Also Tüffler auf jeden Fall nicht. Mist. Hehehe. Jo, nämlich. So, und die hatten in der Killer-Scheck. Ja, und Pop. Alles klar. Also kein Nöd mehr. Ich gehe trotzdem kurz in den Schrank. Ja. Das wäre Pain-Resonance gewesen. Mag, das ist eigentlich ganz schön scheiße, dass wir hier zusammen sind, ne? Mag, das ist absolute Scheiße. Ach, Mann. Na, und das ist ganz schock. Das ist kacke. Weil die Meckesvieh so schnell down gegangen. Ja, die hat sich... sterben lassen. Na, geil. Ich stehe ein bisschen gleich an den Turm. Ich stehe ein bisschen gleich an den Turm. Na, sucht du mal die Hedge. Ich gehe an den Turm. Na, hier ist er tatsächlich nicht. Und wo ist die denn, bitte? Wo ist die denn, bitte? Wo ist die denn, bitte? Wo ist die denn? Gass? Da, können wir hier. Wie ist das? Wie ist die? Wie ist das? Wie ist das? Warum habe ich das Gefühl, dass er die Hedge gefunden hat und da jetzt drauf steht? Der hat die gefunden. Die ist da. Der steht da drauf. Und er wartet jetzt, dass ich zu ihm komme. Können wir gerne so probieren. Einen Hit kann ich nehmen. Das darf ich nur nicht zeigen. Ich sehe nichts. Ja, die ist da. Das ist scheiße. Ernsthaft? Wow, das ist lame. Einfach auf die Hedge stellen. Okay, kann ich das nächste Mal ja auch mal machen. Wow. Einfach wow. Naja. Also das dürften die Devs auch mal gerne anders machen. Das ist scheiße, wenn sich der Killer einfach auf die offene Hedge stellen kann, um sie zu blockieren. Und dann damit einfach... Ja, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie blöd. Das ist doof. Tja. Schmutzwald. Schalterwoods. Scheißmap. Dreckmap. Ich geh sterben. Ich möchte erstmal gucken, welcher Killer es ist. Also wir haben hier zwei Gents recht nahe. Oh ne. Die besoffene Huntress. Weißt Bescheid. Oh. Oh. Hat es bald schon jemanden entdeckt. Wow. Wir fahren doch nicht ab. Was war das denn? Pop. Ja. Geh weg. Geh weg. Na, 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 na. Okay, ich geh an den Stand da drüben. Ja, ich bin Chef. Genau. Oh. Ja. abe apartheid. Na, 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 na na. Da. Na, na na, na na. Wo sind die? Gott, dieses Lalebein macht mich wahnsinnig. Ich hasse Shelterwoods. Oh shit. Oh scheiße. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Chef. Ich hab nicht gesehen, dass der Chef da ist. Ich hab den nicht gesehen. Oh shit. Entschuldigung. Oh bitte, lass doch das Scheiß abgefahren. Nein. Lass mich ihn doch heilen. Es tut mir so leid. Muss ich dann unbedingt im Afterchat schreiben. Es tut mir so leid. War das jetzt eigentlich mein Gym, der fertig geworden ist? Oh shit. Oh shit. Oh, 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 oh. Das war dreist. Das war dumm. D-Strike? Ja, das war jetzt halt eben Kacke. Man fahndt nicht ab, wenn der Killer noch nicht wirklich weg ist. Ich geh mal gucken, ob mein Djinn das jetzt war, der fertig geworden ist. Aber das... Nein. Komm, soll ich dich heilen? Die hat nöt. Die hat sowas von nöt. Ich hätt' eher wegrennen sollen. Nöt. Nein, kein nöt. Okay. Okay, alles klar. Nein, 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 nein. Ah! 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 Also hinter mir, das Tor ist offen. Das ist, oh Jeff, was machst du? Du hast kein BT. Oh, das ist dumm. Ich hab mein BT ready, jetzt ist er nicht, aber... Äh, nicht mein Dead Heart ready, aber ich hab kein BT. Das ist scheiße. Leute, ich brauch Hilfe. Ich müsste herkommen. Komm mal her. Los, komm. Okay, du musst tanken. Nice. Nice. Schön gemacht. Ich hab dicke Idee. Okay. ?, Untertitelung des ZDF, 2020